Hey! Hey! Ich hab... Hey! Lass mal los! Oh ja, Mann! Nein! Lass mich doch los, Junge! Das war mein Plan. Hey! Wo war das? Was passiert hier? Was ist Mino, Alter? Heute, meine Freunde, ist es soweit, dass 1 gegen 1 gegen Gurke wird stattfinden. Und wir werden auf jeden Fall Gangbeast spielen. Ein Spiel, was vielleicht die einen oder anderen von euch nicht kennen. Aber ich würde trotzdem sagen, Leute, schaut euch das auf jeden Fall an. Vielleicht gefällt es euch hier. Also ich persönlich hab mega Bock drauf. Wir wollten uns schon die ganze Zeit so ein 1 gegen 1 liefern in Fortnite. In Fortnite wird das auch auf jeden Fall nochmal kommen. Da werden wir das Ganze auf Sam-Kanal vielleicht hochladen. Mal schauen. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, Leute, dass wir hier ein brutales 1 gegen 1 machen werden. Ich hab sogar extra Shareplay gestartet. Einer ist halt dabei als Schiedsrichter und zwar der Mock. Grüße gehen raus an den Pfandflaschensammler. Und natürlich kämpfe ich halt gegen Gurkensoldat. Ich starte das ganze Setup alles und dann würde ich sagen, dass wir uns dann gleich nochmal treffen. So, Leute, let's go. Ich hab keine Ahnung, welchen ich nehmen soll, um Gurke einfach absolut auseinanderzunehmen. Ohne Witz, ich will jetzt irgendjemand nehmen, der aussieht wie der größte Bastard. Guck mal, guck mal, was ist das, Digga? Hier, äh, Fortnite-Dirr-Burger-Mitarbeiter, Digga, was ist das? Ohne Witz, Mann. Digga, irgendwas, komm. Digga, was ist das, Mann? Guck mal, Michelin? Einst machten sich Vater und Sohn auf den Weg nach Hause. Tückischer Regen fiel. Die Tropfen machten die Straße nass. Sie verloren die Kontrolle. Sie rutschten und schleuderten quer über die Straße. Doch dann kam der Michelin-Mann und erinnerte daran, der richtige Reifen macht den Unterschied. Guck mal, der sieht doch genauso aus. So nach einem, den man richtig schön auseinandernehmen kann. Ich erinnere mal kurz die Farbe. Ich glaube, ich nehme Rot, um Gurke auch richtig auseinanderzunehmen. Ich lade den Lappen mal ein und dann schauen wir alles, was er spielt, Leute. Leute, guckt ihn euch mal an, Alter. Was ist das? Digga, ist es dein Ernst? Digga, du willst doch mit diesem Skin meinen Po? Guck mal, wie du aussiehst, Mann. Das sieht voll homo aus. Bist du dir sicher? Ah, okay. Boah, Digga, der eine, der... Digga, hör auf. Der nackt war der Snitzo. Also Leute, nur damit ihr wisst, der, der wie so ein Geistgestörter lacht, das ist hier dieser Schwitz, absoluter Try-Harder. Das ist der Moderator auf unserem Discord-Server. Er macht hier so ein bisschen Schlichterei im Lichterei, falls eins gegen eins gibt und wir einen Punkt verkacken oder sowas. Dann sagt er, wer besser war. Guck hat trotzdem diesen ekelhaften Bastard-Skin genommen. Aber hey, ich werde ihn absolut auseinandernehmen, Digga. Matchmaker-Server richtet ein. Leute, ohne Witz, es ist ein mega geiles Spiel, was Guck und ich oftmals privat spielen, aber dann ein bisschen zum Abregen, so wenn man einen Controller gerade gegen die Wand geworfen hat. Aber das spielt keine Rolle mehr, denn Guck wird absolut auseinandergenommen. Wir sind auf der ekelhaftesten Map. Ey, Digga, du spielst nicht so oft. Oh mein Gott, Digga, verpiss dich, Alter. Guck mal, Mann, ich bin zehnmal größer als du. Komm her, Junge. Nein, nur, hör mal auf. Hey, bei drei, also, hey, der, der als erst drei hat, der gewinnt, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Also du wirst auf jeden Fall sterben. Oh, Junge, komm her, renn nicht weg, Mann. Digga, what the fuck, ich hab keinen Sound, glaube ich, was ist das? Ich hab auch keinen Sound. Hä, ist es bei dir Bug oder wie? Ich weiß es nicht. Digga, was machst du? Ich hab Spider-Man, ich hab Spider-Man gespielt. Junge, komm mal runter, hallo. Ja, absolut. Hey, hey, ich hab, hey. Lass mal los. Digga. Lass mich doch in Ruhe. Junge, was machst du hier für komische Sachen, Mann? Verpiss dich, lass mich doch in Ruhe. Ich muss dich knockouten, komm her. Oh, hey. Du, ja, Mann. Nein. Lass mich doch los, Junge. Bro, ey. Oh mein Gott, guck, mach wieder diese Alien-Geräusche. Was ist das, Digga? Das ist das auch, was wir kardisch gehen. What the fuck? Guck mal, er hört sich an wie ein Alien, Digga. Er hört sich so an, wie er auch aussieht. Oh mein Gott, Digga, Ehre wird genommen. Oh mein Gott, Ehre. Er hat wieder Ehre zurückgenommen. Digga, Mann. Lass mich in Ruhe, Mann. Hallo. Digga, er guckt sich gar nicht mehr an. Nein, guck mal, wie du dich anhörst, Junge. Da würde ich mich absolut auch nicht... Ich hätte absolut Angst, hier in der Party zu sein, Digga. Wie kann man so falsch sein? Guck dich doch mal an. Du hast nur Glück gehabt, Mann, Junge. Was ist das, Mann? Also, Digga, noch zwei Sterne brauchst du dich. Ich hole dich easy auseinander. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Mach dir keine Sorgen. Och, nee, Digga. Ich hasse diese Map, Digga. Digga, er lacht dauerhaft. Er stirbt gleich. So Herzinfarkt oder sowas. Ja, jetzt höre ich auch was. Keine Ahnung, warum was vorhin war. Komm, Bruder. Wie geht's dir so? Ich gucke mal, wie du aussiehst. Ich gucke mal, wie du aussiehst. Erstmal einen Knockouten, Digga. Komm her, Mann. Was denkst du, wer du bist, hä? Digga, was machst du? Hallo? Hey, Digga, lass mal meinen... Hallo? Nein, lass mich los. Lass mich los. Nein, du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. Oh mein Gott, Digga. Zum Glück. Kein Bock auf die Map, Digga. Absolut so suizidgefällig. Der kommt nochmal. Bei unentschieden. Nein, nein. Vorhin hat sich's gewechselt. Vorhin hat sich's gewechselt. Warte, oh, Ehrenmann, Ehrenmann, Ehrenmann. Absolut, kein Bock auf die Map. Die ist auch scheiße. Mann, warum sind wir immer zusammen, Alter? Geh mal weg. Hey, Digga, hey. Das war mein Plan. Hey. Ah, du bist so ein Lappen, Digga. Du bist so ein Lappen. Hey. Man sieht sich. Bro, das war alles so gefahren. Ja, Digga, oh, Digga, absolut. Alle Maps werden hier mal kurz durchgenommen, glaube ich. Das ist echt so. Hey. 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 Bruder, ich knock mich selber aus. Ah. Hey. Hey. Bruder, lass mich in Ruhe. Junge, was ist mit dir falsch gelaufen? Hey. Hey. Oh, Digga. Oh, mein Gott. Raus. Hallo. Digga. Digga, das ist so schwer, dich jetzt umzupacken. Lass mich in Ruhe. Hey. Hi. Digga, man. Wie, warum stirbst du nicht? Digga, komm her, man. Ich knock out dich jetzt hier. Wait. Oh, Digga. Nein. Hey. Wow, was geht hier ab, Digga? Ich wollte nur die Nase kratzen. Entschuldigung. Verdammt. Junge, kannst du mal sterben? Sag mal, jetzt reicht es mir. Oh, mein Gott. Hey. Lass mich in Ruhe. Digga. Hallo. Nein, 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 nein. Bro. Nein, 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 nein. Oh. Oh, mein Gott. Digga, Mann. Was ist das? Verpiss dich mal. Geh mal sterben. Ah, Bruder. What the fuck? Hast du gesehen, wie ich mich hochgeholt habe? Komm. Ey. Bro. Bitte. Oh, mein Gott. Digga. Lalalala. Junge, Mann. Oh, mein Gott. Hallo. Hey. Digga, das ist unfair. Guck mal, jetzt ist deine Mütze ab. Ey, mein Mut. Jetzt reicht es mir, Alter. Oh, mein Gott, Digga. Wie kann man so ein Ehrenmann sein? Guck mich an, was für ein Bassert ich bin. Ohne Witz. Digga, noch einmal. Ich nehme deine Ehre einfach. Bitte gute Mütze. Oh, mein Gott. Ich hasse diese Mütze, Mann. Ich auch. Digga. Ey, Mann. Ich will nicht neben dir spawnen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Sofort Kopfnuss. Komm her. Komm her. Fuck. Fuck. Ey. Ey. Immer mit der Ruhe. Ey. Ey, klein. Ey. Yo, Bro. Ich brauche nur einen Punkt. Also, ich muss hier nur einmal... Digga, Mann. Hau nicht ab. Was ist mit dir? Hey. Hallo. Oh. Er kriegt sich gar nicht ein. Ich schwöre es dir. Oh, mein Gott, Digga. Egal, dann... Egal, diese scheißhässige Maps weg, dann. Mann, Junge, was für unentschieden. Ich muss mich auseinandernehmen. Auf geht's, Mann. Mach keine Faxen, Mann. Mach keine Faxen, Mann. Du Ries aus dem Maul. Oh, man. Ich hasse diese Map. Das dauert so lange immer. Egal. Ich nehme trotzdem deine Ehre, komm. Du weißt, was ich schon mal hier mit dir angerichtet habe. So 360, so Tornado und so. Hey. 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 Hallo. Hey. Oder? Kannst du mich holen? Junge, wie kannst du mich eigentlich so heben? Nur, weil ich so einen riesen Kopf habe. Glaub mir. Warte. Ich zeige dir, wie ich kann. Hey. Zack. Nichts Zack, Mack, hier. Yo, Digga. Zack. Junge, du knockouts nicht. Hey. Hey. Zack. Boah, Digga. Wir fliegt doch auf den Boden. Was ist das? Voll unfair. Oh, mein Gott, Digga. Hallo. Boahuda. Was passiert hier? Das Mino, Alter. Hey. Komm her, Alter. Komm her. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah, Bruder. Digga, was ist das? Digga, du musst... Oh, mein Gott. Boah. Junge, was machst du, Alter? Junge, was ist das für eine Scheiße hier eigentlich? Die ganze Zeit unentschieden. Junge, hör mal auf, so gut zu spielen. Oder was heißt gut, so schlecht zu spielen? Oh ja, Mann, ich bin voll laut, ey. Leute, wir nehmen das Ganze hier um ein Uhr morgens auf, ne? Er kriegt absolut Schläge. Er kriegt absolut Schläge so. Oh, hat er gar meinen Kopf? Hallo? Digga, lass uns los, Alter. Bruder, muss los. Was ist das mit dir, Digga? Oh mein Gott, jetzt entscheidend. Digga, mach keine Faxen, Junge. Nervt mich nicht, okay? Welche Wurst? Och, Mann, Digga, richtig. Gerade die ekelhafteste Map. Oh mein Gott. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Easy Gurken soll da auseinandergenommen. Einfach so Mülleimer geworfen. Er hat sich selber in den Mülleimer geworfen. Digga, absolut auseinandergenommen. So, Leute, das soll es auf jeden Fall hier mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch auf jeden Fall gefallen hat. Ihr könnt ja natürlich gerne mal eine positive Bewertung unten in die Kommentare reinschreiben. Beziehungsweise die positive Bewertung da lassen und eine Bewertung unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Auf jeden Fall am Sonntag wird es dann wieder auch Uno geben. Ich freue mich auf eine weitere Runde und würde dann natürlich sagen, Leute, haut rein. Geht mit dem Flow. Oh ja, by the way, checkt Gurkel seinen Kanal ab, macht ihm die 10.000 Abonnenten voll. Haut rein. Tschau.